Sie leben wie dreckige Tiere unter den Straßen im Rattenweg. Und glaubt mir, sie sind nicht besser als das Ungeziefer, das dort herumkriegt. Sie machen es anständigen Leuten schwer, ihr Auskommen zu haben, wobei hier auch nicht viele anständige Leute leben. Ja, aber ist nicht schon anständig. Das ist in Rifton der Name für die Abwasserkanäle unter unseren Füßen. Absolut widerlich. Wenn euer Geldbeutel gefüllt und euer Kopf auf euren Schultern bleiben soll, würde ich mich von diesen schrecklichen Tunneln fernhalten. Seid vorsichtig. Was? Was? Hat er gerade gesagt? Werdet zum Tiger im Bett? Ich habe mich nicht als ein Dreckiger Läckler. Warum solltet ihr schon mit mir reden? Aha. So einer bist du also, hä? Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? So einer bist du also, später. Das Gemüse ist so frisch wie ein Wintermorgen. Glotz nicht so! Ich höre, was aus deinem Fass stehen! Also, mir, wir sind anwürdig, wir sind anwürdig, wir sind anwürdig, wir sind anwürdig, wir sind anwürdig. Er ist ein Spider-Man! Verpasst die Gelegenheit nicht! Kauft eine Flasche meines elften Firebird-Elixiers! Nur 20 Septime! Äh, wie ein Stich! Kuchen! Chicken, du wartest doch voll den Kuchen! Das heißt, man kann das Haus anknabbern? Ja! Dies ist eines der Zeichen. Ein Zeichen für Lady Maras Unzufriedenheit mit eurer ständigen Trunkenheit. Lasst von euren Flaschen mit ihren üblen Flüssigkeiten ab und nehmt die Lehren der Dienerin von Kühne an. Nein, nein, Mara mal. Wir haben darüber gesprochen. Talen? Kehrava, wir können uns doch sicher irgendwie einig werden. Diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Genug, Mara mal. Wir haben genug über die Drachen und ihre Rückkehr gehört. Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Wie ihr wollt, Talen. Ich werde diese Höhle des Frevels verlassen. Wir werfen euch nicht raus. Aber lasst die Predigten im Tempel und uns hier in Frieden sündigen. Herr, lasst sie sündigen. Möge Mara euch segnen. Wie kann ich euch helfen, meine Tochter? Wie ist also ein Priester vom Tempel von Mara? Wunderbar. Womit soll ich anfangen? Mara ist die Göttin der Liebe. Ach, wirklich? Der Tempel verteilt ihre Gaben an die Kranken, die Armen und die Verlorenen. Wir vollziehen auch Hochzeitszeremonien für alle Liebespaare in Himmelsrand. Die unglaublich langweilig sind. Ich könnte so ein Pfeil heiraten. Aber ja, natürlich vorausgesetzt, ihr seid dazu bereit. Seid ihr mit den Gepflogenheiten rund um die Ehe in Himmelsrand vertraut? Vielleicht. Warum erinnert ihr mich nicht daran? Typischerweise ist die Liebe in Himmelsrand so ernst und sachlich wie die Einwohner dieses Landes. Das Leben ist hart und kurz. Daher ist nur wenig Raum für langes Liebeswerben. Jemand, der einen Partner sucht, trägt einfach ein Amulett von Mara um den Hals und signalisiert damit, dass er oder sie zu haben ist. Wenn dann jemand Interesse zeigt und beide sich auf ein gemeinsames Leben einigen, kommt einer von ihnen hierher zum Tempel und wir vereinbaren die Zeremonie. Nehmt ihr Almosen an. Aber natürlich. Ich würde mich sehr über ein Klappern in unserer Spendenbüchse freuen. Im Augenblick könnt ihr am besten mit Münzen helfen. Wir brauchen jede nur erdenkliche Hilfe. Verdammt, ich wollte dir einen Diamant schenken. Aber Münzen habe ich gerade keine. Danke. Ich verspreche euch, dass damit Gutes getan wird. Könnt ihr mir auch von Maras Glauben erzählen? Mara, Mara. Was kommt denn schon wieder so angerannt? Maras Universum umfasst die Gefühle, nach denen wir uns am meisten sehen. Liebe, Mitgefühl und Verständnis. Es ist nicht leicht, ihre Gaben in diesen finsteren Zeiten zu erkennen. Ihr solltet sie als Leuchtfeuer inmitten eines tobenden Sturmes verstehen. Wieso fegt er jetzt vor mir? Möget ihr sicher zu ihrer Huld zurückkehren? Ja. Kann ich etwas für euch tun? Ja, was gibt es denn? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? 106? Naja, besser als gar nichts. Ich kann dir nur den Schlafbaumsaft und das Goma verkaufen. Verdammte Drogenhändler. Wie habt ihr Kerl Graber kennengelernt? Ich habe sie getroffen, als ich vor ein paar Jahren nach Rivkong gekommen bin. Mit einem Bogen. Seitdem bin ich hin und weg von ihr. Ich werde sie vielleicht sogar bitten, mich zu heiraten. Und ihren Pfeil ins Knie zu jagen. In der Schwarzmarsch ist es Tradition, einem möglichen Partner einen einzigartigen Hochzeitsring zu schenken, der die künftige Bindung symbolisiert. Ich habe den Goldring bereits, aber ich brauche noch drei makellose Amethyste, um ihn zu vervollständigen. Ich hatte gehofft, dass ihr mir das anbietet. Ich hielt es nicht für angemessen, euch um einen solchen Gefallen zu bitten. Ich danke euch. Könnt ihr mir etwas über den Ehring erzählen? Jeder argonische Hochzeitsring muss mit drei makellosen Amethysten ausgestattet sein. Zwei der Edelsteine, die beiden Äußeren, stehen für das Hochzeitspaar. Einer für den Bräutigam, einer für die Braut. Der Amethyst in der Mitte steht für die Hist, die für alle Argonia ein heiliger Teil unseres Lebens sind. Aha. Und über die Hist wirst du mir nichts erzählen. Da sind ja deine Bäumchen auch nicht so heilig, ne? Ihr habt gesagt, dass ihr Getränkespezialitäten anbietet. Drei, um genau zu sein. Meine eigenen Rezepte stammen noch aus meiner Zeit als Barmann in Gideon. Das erste, samt weicher Lechance, ist eine Mischung aus Brombeere, Honig, Würzwein und einem Hauch Tollkirsche. Günstlich ungefährlich versprochen. Jo, ja. Als nächstes haben wir den Weißgoldturm. Ein Gedicht aus süßer Sahne, gekrönt mit einer Schicht aus Meth, Lavendel und Drachenzunge. Und zum Abschluss haben wir für die tapfersten Seelen den Klippenrenner. Der Klippenläufer. Der aus Feuerbrandwein, Cyrodiilischem Brandy, Flynn und Suyama gemischt wird. Klippenläufer, Klippenläufer. Jetzt sind wir aus dem Liebesgilde. Die sind ungeziefer. Abschaum. Leute wie die machen diese Stadt zu einem so furchtbaren Platz zum Leben. Wie passend, dass sie im Rattenweg mit dem Rest des Mülls leben. Die Sonne klatscht gerade total. Grelle Strahlen, mein Fenster. Du meinst auch, er redet so scheiße über die Diebesgilde, dass er schon schwarze Wolken hinter sich herzieht. Da muss immer ein bisschen Sonne rein und muss nicht wieder Auszugleichen. Widerwärtig. Verfallene Kanäle voll mit. Ich will gar nicht darüber nachdenken. Es gibt einen Eingang unten beim Kanal, aber von dem würde ich euch dringend abraten. Das ist das Gebiet der Diebesgilde. Die Diebesgilde. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mich noch um andere Dinge kümmern. Ja, dann kümmert man mich mal um andere Dinge. Zum Beispiel die Türe. Oh, hier geht es runter. Äpfel. Hier sind die Äpfel. Käse. Das gibt es doch nicht. Das ist doch verboten. Ist der gerade durch den Boden gefallen und dann da oben an der Treppe wieder gespawnt? Oder... Ich will es gar nicht wissen, was da passiert ist. Oh, Mith. Eingang das Surf kannst du bei dir behalten. Äh... Äh... Gerava, hast du noch was zu sagen? Wenn ihr Münzen dabei habt, seid ihr hier willkommen. Andernfalls solltet ihr gehen. Äh, was redet man sich eigentlich so in der Stadt? Miol, die Löwin, war eine Abenteurerin in Himmelsrand, bevor sie sich in Rifton zur Ruhe setzte. Angeblich war der Auslöser dafür der Verlust ihrer verzauberten Klinge. Und ich soll jetzt diese verzauberte Klinge wiederfinden. Äh... Ach, die sagt mir nur so potenzielle Questgeber. Aber wird nicht da oben angezeigt. Hey, rede mit der und der Person. Wenn es stimmt, dass die Drachen zurückgekehrt sind, was bedeutet das dann für uns? Ist das der Anfang vom Ende? Oder der Ende vom Anfang? Sippy Schwarzdorn ist wutentbrannt darüber, dass eine frühere Geliebte ihn ermorden wollte. Er setzt auf der Suche nach ihr alle Hebel in Bewegung. Ja, was tut er wohl? Schaut doch mal wieder vorbei. Gerne, was ist denn so hinter der Theke? Benachrichtigung über höhere Kosten. Äh, Graber, mit diesem Monat müssen wir leider den Preis für Schwarzdorn mit verdoppeln. Wie schrecklich! Wie ihr sicher wisst, kommt es in Himmelsrand zu beträchtlichen Unruhen. Ja, alles nur wegen den Drachen, wer wird es erhöht? Denn sie wollen auch saufen. Infolge dieser Unruhe entstehen uns erhöhte Kosten für den Schutz unserer Lieferungen, für Zutaten und für Arbeit. Ich glaube, ihr werdet eure Kunden mehr als bereit finden, sich an dieser Last zu beteiligen, indem sie die Kosten durch eine Preisansteigung auffangen. Den ihr am besten sofort einführt. Wenn unsere neuen Preise nicht gezahlt, wird ab sofort kein Schwarzdorn mit mehr geliefert. Hochachtungsvoll, Mäven-Schwarzdorn. Was darf ich euch bringen? Mäht, Wein? Wie was mit deinen Geldbeuteln da unten? Es wird seine Hände bei sich behalten, ja? Nein. Sucht ihr nach einer Bleibe? Ich suche nach dem Geld. Ja? Vielen Dank für die kleine Spendung! Lydia lässt mich nicht mehr durch. Wenn ihr ein bisschen dabei habt, seid ihr hier willkommen. Andernfalls solltet ihr gehen. Hey, aufpassen! Wie wär's, wenn du mir mal nicht so auf die Pelle rückst? Keine Ahnung, das liegt in der Hand der Zuschauer. Du warst die Dunkel-Elfe-Pelle, oder wie? Wo kommt all dieser Hass auf das Kaiserreich? All davon abgesehen, ne? Was sie in dem Vertrag unterschrieben haben, mit dem Talmudders. Ja, mit dem Phantanus verboten wurde. Sie wollen unsere Geschichte auslöschen. Und das nur wegen eines verdammten Vertrages. Der Boden unter unseren Füßen ist vom Blut unserer Ahnen getränkt. Wir haben für dieses Land gekämpft und sind dafür gestorben. Du auch. Ich habe meine eigene Tochter an die kaiserlichen Hunde verloren. Und bei Talos. Ich will niemanden mehr verlieren. Was ist immer doch da geschehen? Vor vielen Jahren ist Lilia den Sturmmänteln beigetreten, als es in Himmelsrand zu ersten Gefechten kam. Ich war so stolz auf sie. Sie diente als Kampfjungfer und half mit ihren Heilkünsten all jenen, die auf dem Schlacht verlebt wurden. Eine Klinge hat sie nie angerührt. Das war ihnen egal. Die kaiserlichen Soldaten metzelten sie nieder. Sie haben sie abgeschlachtet wie ein Tier und ihre Leiche im Schlamm verfaulen lassen. Und deshalb werde ich nicht eher ruhen, bis jeder einzelne kaiserliche Soldat ihre Gesellschaft leistet und Ulfric auf dem Thron von Himmelsrand sitzt. Der Salat irritiert mich. Salat, hör auf! Ulfric unterstützen oder beim Versuch sterben. Dazwischen gibt es nichts. Der Salat. 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 Lusel Trutsch. Jemand muss Silvi Schwarzdaun eine Nachricht überbringen. Ja, aber ich glaube, mit dir reden wir aus der nächsten Aufnahme. Soll ich meine... Mein Kleinfeuer? Ja. Willkommen im Bienenstich. Meine Dame. Lasst mich wissen, ob ich euch eine unserer Getränkespilitäten anbieten darf. Nee, nee, brauchst du nicht. Ich versteck mich mal hier unter der Lampe. Es funktioniert. Hin und wieder. Also wie gesagt, mit ihm reden wir dann beim nächsten Mal in der kleinen Fröhrennacht. Guck mir nicht so an, du kommst noch früh genug dran. Also bis dahin, ciao.